Servus liebe Zuschauer, grüß euch hier aus Italien, aus der Toskana in der Nähe von Siena auf der Etappe, auf unserem Heimweg nach Hause, nach Berlin. Ja, da schaut man sich in der Ferne sozusagen die Nachrichten an, schaut man sich auf x Twitter um und so weiter. Und es ist einfach wirklich mittlerweile so, dass an jeder Ecke oder fast jeder Tweet irgendwo durchscheinen lässt, dass es hier wirklich einem Ende zugeht. Die grüne Phalanx, diese grüne Vorherrschaft, wir können zusehen, wie sie endet und schwindet. Da geht es ja nicht nur um die Partei der Grünen, sondern es geht ja auch darum, dass die Merkel ja auch grüne Politik gemacht hat und alles irgendwie vergrünt war seit 15 Jahren. Und jetzt natürlich die Leute noch irgendwie zur CDU und zur SPD flüchten. Ja, es gibt eine Linksflucht, also vielleicht nicht zur SPD, aber zur CDU hin. Dadurch erklärt sich ein bisschen auch, die erklären sich die Zahlen für die CDU. Aber die Leute werden feststellen, okay, die reißen es auch nicht, weil es wird hier richtig duster. Liebe Zuschauer, ja, nur nochmal ganz kurz ein paar Fakten, sage ich mal. Ja, die hier so rauskommen. Da sind wir zum Beispiel beim IFO-Geschäftsklimaindex. Und zwar ist der zum vierten Mal in Folge gesunken. Und das ist ein großes Alarmzeichen. Sogar die großen Schranzen-Medien sind inzwischen da ein bisschen aufgewacht und haben gemeldet, ja, okay, wir stehen vor wahrscheinlich einer wirklich gewaltigen Rezession, vor einem gewaltigen Niedergang. Gut, dass wir das schon seit Jahren sagen, ja. Und süddeutsche Welt berichten das. Und wir kommen hier wirklich in wahnsinnige Gefahrwasser, die wir alle nicht für möglich gehalten hätten. Ja, wenn man, weiß ich, zehn Jahre früher darüber nachgedacht hätte oder gesagt hätte, hey, 2024 und folgende werden richtig heftig. Dazu kommt, dass unsere göttliche Regierung, das Regime, schon wieder hier in der Haushaltsgesetzgebung hier bösartig trickst und wahrscheinlich verfassungsfeindlich, nicht verfassungsfeindlich sind sie auch, aber verfassungswidrig hier agieren. Da fehlen knapp zehn Milliarden Euro im Haushalt, die schon eingestellt waren, obwohl sie wussten, dass sie fehlen, ja. Und da wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass die Anzahl der Bürgergeldbezieher im nächsten Jahr auf 20 Prozent sinken. Also kommen denn so, werden so viele remigriert schon oder wie, darf ich das verstehen, ja, diese Annahme? Also da dreut wirklich großes Unheil, ja, bloß auf der anderen Seite vielleicht nur mediales Trommelfeuer und am nächsten Tag ist die nächste Sau durch den Dorf. Das kann ja alles sein, aber es wird immer enger, es wird immer dünner die Luft, es wird immer saftloser, kraftloser und irgendwie, wir ziehen das noch irgendwie durch, ja, egal, so fühlt es sich wirklich an. Dann haben wir Wokeness, Go Woke, Go Broke, ja. Der EDEKA-Vorstand Markus Moser ist zurückgerudert, entschuldigt er sich für die Anti-AfD-Kampagne des Unternehmens und will sie nicht wiederholen, ja. Also interessant, ich habe den Artikel gelesen hier auf Apollo News, wird sowieso alles wieder wie immer verlinkt in der Beschreibung unter dem Video. Also, also, wir stehen zur grundsätzlich demokratischen Grundordnung, bla bla bla, aber jeder, wir wollen nicht belehren und wir wollen, jeder soll das machen, was er will und jeder soll bitte bei EDEKA einkaufen. Also entweder, weiß ich nicht, ob da wirklich jetzt so viele Leute das prokontiert haben, ja, ob die das gespürt haben oder ob es eher von den genossenschaftlich organisierten Filialleitern kam, ja, die da auf eigene Rechnung produzieren, beziehungsweise Handel treiben und da gab es ja auch Meldungen von, und einen Brief auch, der kopiert von vielen an die EDEKA-Zentrale geschickt wurde, dass sie mit Politik nichts zu tun haben wollen, es ist ein Supermarkt und da soll jeder einkaufen gehen. Und, ja, da hat es den EDEKA-Vorstand offenbar irgendwie dann doch, war dann doch ein bisschen zu viel, bloß es ist zu spät, ja. Du hast dich doch schon positioniert, du hast doch schon gezeigt, was für ein Demokrat du bist, ja. Ich werde es nicht EDEKA boykottieren, allein schon aus dem Grund, weil ich da gar nicht einkaufen gehe, weil der nicht bei mir in der Lehe liegt. Ich behaupte nicht, dass ich hier 10 Kilometer mehr auf mich nehmen würde, um einen Laden zu boykottieren. Das ist dann irgendwann, wird es dann auch komisch. Aber auch das ist ein Zeichen für den Rückzug, für die, offenbar merken sie, dass sie gesellschaftlich einfach nicht akzeptiert werden mit ihrer Haltung, mit ihren Belehrungen, mit ihren dauernden Einbimsen gegen rechts, gegen AfD, für Vielfalt und blaues Gemüse oder Obst, ist giftig und so weiter. Es ist so irre und langsam schlägt das Pendel, wirklich ganz langsam schlägt das Pendel zurück. Dann haben wir noch, hier, die Grünen, du bist 16, du willst wählen, wir wollen das auch, Wahl ab 16. Das war, glaube ich, 2019, die Kampagne, und 2020. Davon hat man jetzt übrigens aber auch nichts mehr gehört, von dieser Jungwählerkampagne. Alles total still, sie wollen die Jungen nicht mehr, weil die Jungen sie nicht wählen. Ja, die Jungen wollen sie nicht mehr. Das wurde jetzt ganz deutlich in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Wirklich köstlich, ja, das ist schon mal ein knallharter Bumerang, der dann zurückkam, weil über 30 Prozent der 16- bis 24-Jährigen, glaube ich, in Brandenburg AfD gewählt haben und nur 7 Prozent Grün. Also das kann man nun wirklich vergessen. Wer wählt denn die Grünen? Die fetten, ausgefressenen, saturierten und satten Vorstadtbewohner oder schicken Prenzlauer Berg-Albbauten, so wie ich einer bin. Und sonstige Milieus in Großstädten oder am Rande von Großstädten mit Tesla vor der Tür und Solar auf dem Dach. Das ist so geil. Das sind die Wähler der Grünen. Aber um das noch ein bisschen zu vervollkommenen mit der Wahl in Brandenburg, in Potsdam, sind ja die Grünen auch gescheitert an einem Direktmandat. Das ist Hoffnung. Da hatten sie volle Hoffnung, dass sie das kriegen können, weil Potsdam so dermaßen grün verseucht ist, dass dir der Helm kreist. Aber selbst da hat es der SPDler geschafft, weil ich vermute, die Grünen behaupten ja, ja, das war eine blöde Strategie mit der Leihstimmengeschichte, um die AfD zu verhindern. Das mag zum Teil stimmen, aber ich glaube nicht, dass es die ganze Wahrheit ist. Ich glaube eher, dass es auch daran liegt, dass da nicht jeder Millionär ist in Potsdam, dem es vollkommen wurscht ist, ob er 2, 3, 4, 5.000 Euro mehr im Monat für irgendwas insgesamt an seinen Lebenshaltungskosten bezahlt. Aber jemand, der zwar ein gutes Einkommen hat, vielleicht beim Staat arbeitet oder in irgendeinem NGO mit 5.000, 6.000, 7.000 nach Hause geht und einen dementsprechenden Lebensstandard auch hat und das auch gewöhnt ist, der muss sich dann inzwischen auch schon umgucken, ob es jetzt 3 Autos sein müssen und das Elektroauto fährt eh keiner und so weiter und so fort. Und vielleicht macht man eine Reise weniger im Jahr, weil irgendwie wird es schwierig. Auch da auf dem Niveau gibt es durchaus Monate, wo am Ende des Monats, wenn da noch die Bankrate kommt, durchaus es nicht mehr so ganz üppig aussieht. Und die sagen sich also mit der Politik der Grünen, ich habe die bisher gewählt und ich profitiere von denen, aber jetzt wird langsam das Verhältnis irgendwie verschiebt sich zu sehr von Profitieren und Nachteilen. Und zwar zugunsten der Nachteile. Köstlich. Und zum Schluss, also wirklich als sozusagen Krönung der Geschichte. Die Grünen sind jetzt in Thüringen und in Sachsen rausgewählt worden aus den Landtagen. Die Ampel insgesamt auch mit der FDP, FDP ist mausetot, unter 1% in Brandenburg. Und auch die Grünen in Brandenburg rausgeflogen mit 4,3%, also auch nicht mal knapp. Und jetzt Absturz und 8 Wahlklatschen. Das war jetzt die 8. Wahlklatsche hintereinander, seitdem die in der Bundesregierung sind. Und ja, aber Grüne wollen trotz 9,5% den Kanzler stellen. Und da seht ihr, wer sich traut sowas zu sagen, dem ist wirklich alles scheißegal. Wirklich, der sagt sich, wir hauen hier alles raus. Wir hauen morgen raus, dass wir vom Mars Energie bekommen. Wir hauen übermorgen raus, dass Deutschland jetzt endgültig klimaneutral ist und deswegen hier das Wetter immer schön bleibt. Und was weiß ich, oder es wird nie wieder Hochwasser geben, wenn wir jetzt die Verbrenner verbieten. Was weiß ich, hauen wir alles raus. Wirklich, sie schreiben wirklich, das blänzt ja auch ein, Grüne wollen trotz 9,5% den Kanzler stellen. Da gibt es wirklich, da fällt dir nichts mehr ein. Und die, wie soll ich sagen, die grünen Spitze mit Nurempour und Lang, die sich im Wahlkampf aus ihren Limousinen, beide ja durchaus keine Leichtgewichte aus ihren Limousinen gewuchtet haben. Ich übernehme mal einen Bonbon von Matthias Briebel, war es auf Twitter, aus ihren Limousinen wuchten und auf Bühne kriechen, um dann den Leuten zu erzählen, dass sie die Atemluft kaputt machen, wenn sie nicht jetzt brav sind und einen Verbrenner abschaffen oder sonst irgendwelche Klimaschutzgeschichten einhalten. Das ist nun mal maximal unattraktiv mittlerweile. Mittlerweile ist der Spuk ein vorbei, auch der, falls es den jemals gegeben hat, diesen grünen Glanz, wenn man so will, ja, so ein bisschen vorweg und der lockere Habeck und die Baerbock jung und dynamisch. Und es ist halt alles komplett in sich zusammengebrochen. Und das führt dann dazu, dass man bei einer Umfrageergebnis von 9,5% und einen Tag, nachdem man mit 4,3% aus dem Landtag geflogen ist, aus dem Brandenburgischen in dem Fall, führt das dann dazu, dass man mit 9,5% Umfrageergebnis dann sagt, wir wollen einen Kanzlerkandidaten und wir werden den Kanzler stellen. Ich finde es wirklich geil, wie Sie hier praktisch auf offener Bühne irgendwie so eingehen. Also wirklich irgendwie so nur noch so etwas vor sich hinvegetieren, um noch die Runde bis zum Schluss, bis zur nächsten Wahl irgendwie zu überstehen. Ja, auch bei der FDP, es wird sich nichts ändern, es wird sich nichts tun mit Neuwahl. Die FDP gibt irgendwelche Ultimaten bis Dezember 2021, muss dessen passiert sein, macht aber beim bedrücklichen Haushalt mit und bei der Migrationsfrage, die ist nach der Wahl natürlich kein Thema mehr. Was glauben die denn, wie viele Leute denen noch vertrauen oder überhaupt noch irgendwas glauben? Ja, also das ist wirklich eine ziemlich einmalige Situation, wie ich finde, die ich noch nicht so erlebt habe, seit ich politisch auch die Sachen beobachte, dass wir in so einer Mehltau-Geschichte drin sind, dass wirklich alles zu spät ist und wir eigentlich schon viel weiter sind als die und es fühlt sich so an, als ob die wirklich aus der Zeit gefallen sind und irgendwie aus vergangenen Zeiten. Und noch ein Hinweis, Investitionen, große Erfindungen, große Erfolge, was war denn die letzten Jahre und auch davor schon, Merkel war ja auch grün, was war denn da? Nichts mehr kam aus Deutschland, nichts mehr wirklich, wo man sagt, ja, da sind wir immer noch, es geht alles runter, es geht alles runter. Ja, und Intel verzichtet auf 10 Milliarden Subventionen, baut keine Fabrik in Magdeburg, Norsevolt, Batteriefabrik, norwegische, die hier eigentlich ein Werk bauen wollten in der Heide, die entlassen gerade in Norwegen 1.600 Leute. Also ob das jetzt ein Startschuss für ein neues Batteriewerk ist, weiß ich nicht. Das Signal werte ich dann doch ein bisschen anders. Und so weiter und so fort. VW, Automobilindustrie insgesamt, Mercedes gibt Gewinnwarnung raus, das BMW wird folgen, auch alle anderen werden folgen. Keinem geht es gut in Deutschland von keinem Automobilhersteller, aber VW knallt natürlich richtig rein und Mercedes mittlerweile auch. Und wenn man sich überlegt, nochmal VW, da sind 30.000 bis 40.000 Stellen im Gespräch von insgesamt 130.000 Stellen, die die Putze hat in Deutschland, sollen wegfallen, 30.000 bis 40.000. Das bedeutet, 100.000 Menschen sind direkt betroffen über die Familien der Arbeitnehmer. Und dann geht es weiter über den Handel, über die Gastronomie, Konsum generell, auch natürlich Kommune, Steuereinnahmen und natürlich auch die Zulieferer, die dann, wenn weniger produziert wird, auch weniger Autos produziert werden, auch weniger zu produzieren haben oder gar nichts mehr vielleicht, weil man sich irgendwie anders orientiert hat als VW. Okay, die Entwicklung soll zum Beispiel zusammengestrichen werden in Deutschland komplett und da gibt es eigentlich nur eine Schlussfolgerung und es soll nach China. Ja, so sieht es aus und das haben wir alles sicherlich, vielleicht nicht alles, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen hart, der Ampelregierung zu verdanken oder insbesondere dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Da war vorher schon vieles in die falsche Richtung oder die vielen Bereichen wurden da schon falsch gestellt, allein mit Atomausstieg und so weiter und dann wieder Einstieg und was die Merkel alles vollbracht hat mit Migration, das ist die Suppe aller Probleme, was sie da eingeleitet hat an Politik. Aber die Ampel hat jetzt einfach noch ein Turbo eingeschaltet und dann kann man dem Habeck und den Grünen da schon durchaus attestieren, dass sie wirklich, also ein Skandal reibt sich bei dem nach dem anderen und es ist einfach wirklich wie so ein Kafka-Roman, dass die überhaupt noch in irgendwelche Betriebe geht oder überhaupt noch irgendwo hingeht und überhaupt noch irgendwie dem die Türen geöffnet werden. Das muss man sich schon fragen. Jetzt mache ich auch Schluss mit dem Video. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt, aber das wollte ich mal loswerden, so ein paar Gedanken, ich blende auch die Sachen eingeblendet ein bisschen und wir wünschen euch einfach, dass ihr wirklich vorbereitet seid, muss ich ehrlich sagen. Jeder muss da schauen, dass er hier irgendwie weiß, was da vielleicht kommen kann. Wissen tun wir es nicht, aber zumindest mal eine Vorstellung sich machen, was da kommen kann. Das wird hier in Deutschland wirklich wesentlich anders aussehen. Es tut es ja jetzt schon, in allen Bereichen. Uns kracht die Infrastruktur immer mehr zusammen, die Corona-Brücke, Corona sage ich schon, Carola-Brücke in Dresden haut es einfach mal weg und so weiter und so fort. Es wird ja weitergehen, es wird ja nicht aufhören und wir müssen einfach akzeptieren, dass es einfach so sein muss. Und die Marionetten, übrigens die Grünen, werden offensichtlich nicht mehr gebraucht und werden jetzt wirklich wie ein ausgekauter Kaugummi ausgespuckt. Ja, so sieht es aus und es wird in anderen Parteien auch passieren. Egal, wer das bestimmt hat, das kann für mich nichts Schlechtes sein. Also wirklich, ich will nicht behaupten, dass es noch schlimmer kommen kann, dass es nicht noch schlimmer kommen kann, aber diese Figuren, allein schon aus ästhetischen und psychohygienischen Gründen, muss es ein Ende haben. In diesem Sinne, danke, abonnieren, nee hier, abonnieren, hier irgendwo in der Ecke, teilen, liken, kommentieren und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne finanziell unterstützen auf Kofi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bank Verbindung. Das ist unten alles in der Beschreibung unter dem Video und vielen Dank an alle, die das bisher getan haben. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schöne Woche, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und Ball der Vernunft will ich noch darauf hinweisen, am 12. Oktober 2024 in Berlin, am Samstag. Auch da findet ihr weitere Infos in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Ich fühle mich immer wieder geehrt, wenn wirklich tausende von Leuten die Videos gucken und aufrufen und die tollen Kommentare dazu schreiben und wir hier wirklich ein bisschen in unserer kleinen Welt hier was bewegen und ein bisschen die Leute auch animieren. Finde ich toll, gefällt mir und in diesem Sinne macht es gut. Danke fürs Zugucken. Servus ihr Lieben.